Heute sind wir in der Situation, dass die Frauenrenten in der Schweiz mindestens ein Drittel tiefer sind als jene der Männer. Das geht so nicht und über diese Ungleichheit wird viel zu wenig gesprochen. Wir brauchen jetzt höhere Frauenrenten und wir brauchen sie da, wo wir alle Frauen erreichen, nämlich in der AHV. Deshalb ist es Zeit für eine Rentenerhöhung und nicht eine Rentenaltererhöhung. Und das erreichen wir mit der 13. AHV-Rente. Wir brauchen eineани, die von Dタren mehr zu verändern aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass die Reden geht. Wir brauchen die vorstehstehstehstehstehstehstehstehstehens europlegen eliener der Boden. Er hat diese KG in die Welt wahrgenommen.